Servus Leute, mein Name ist André und ich bin geboren am 7.04.1996. Ich muss mich ein wenig beeilen, denn wir haben hier als Vorgabe nur die 30 Sekunden. So, dann fange ich mal an. Ich bin generell auf YouTube seit dem Jahr 2011. Früher habe ich Let's Plays auf einem eigenen Kanal gemacht, musste aber aus Zeitgründen aufhören. In der Zeit wohne ich im Raum Niedersachsen in Norddeutschland und ich werde voraussichtlich bei YouGameCast Let's Plays und Reviews von Spielen machen. Ich freue mich auf die ersten Videos, sage bis dann und ciao!